Hallo und willkommen zu Comic-Dojo. Hier ist Thomas. Hier ist Steve. Und heute schauen wir uns mal wieder einen Richard Corbin-Comic an. Richard Corbin, ohne Frage, einer der größten Comic-Zeichner überhaupt. Einer der größten und bekanntesten Underground-Comic-Zeichner, Independent-Comic-Zeichner. Angefangen im Underground, self-published, aber hat im Laufe seiner Karriere ja für jeden Verlag eigentlich gearbeitet. Hat im Endeffekt sogar dann für Marvel und DC gearbeitet. Ja, aber wir schauen uns heute einen seiner alten Klassiker an. Und zwar schauen wir uns Rolf an. Schwer auszusprechen, Rolf. Ja, ich würde sagen, starten wir direkt. Vielleicht noch vorab kurz. Das hier ist die deutsche Version. Die kam vom Alpha-Comic-Verlag raus, glaube ich. Nee, vom Volksverlag. Da sieht man das Volksverlag. 1981. Das ist ein Jahr älter als ich hier. Und ursprünglich kam das Ganze natürlich in Amerika raus, ist ja klar. Und zwar gab es das ursprüngliche... Die allererste Version war eine Schwarz-Weiß-Version, weil eigentlich sollte das ein Film werden. Richard Corbyn hat ja gern Animationsfilme gemacht und hat irgendwie geplant, daraus einen Film zu machen. Aber daraus wurde niemals irgendwas, deswegen hat er es dann als Comic umgesetzt. Und das kam 1970 raus in dem Fernsehen Voice of Comic-Dom Nummer 16 und 17. Allerdings in Schwarz-Weiß. Und später hat er das dann selbst publiziert als The Story of Ralph 1971, also kurz darauf. Und richtig bekannt ist diese Story erst einige Jahre später geworden. Und zwar 1979, als die im Heavy Metal Magazin abgedruckt wurde. Die kam im Heavy Metal Magazin Nummer 33 und 34 raus auf Englisch. Und da wurde sie dann auch das zweite Mal in Farbe abgedruckt. 1971 in dem Self-Published Comic von Corbyn war es auch schon in Farbe. Ja, soviel zur kleinen Story, zur Vorgeschichte dieses Comics. Finde ich sehr interessant, wenn man so ein bisschen online recherchiert, was man da so rausfinden kann. Und gerade, dass das ursprünglich ein Film sein sollte. Und Richard Corbyn hat wohl auch die Hauptcharaktere alle so aus Ton geformt für diesen Film. Damit die Leute, die an diesem Film arbeiten, eine Vorstellung haben, wie das Ganze aussehen soll. Finde ich auch sehr interessant. Und im Endeffekt hat er dann diese Tonskulpturen benutzt, um die Charaktere im Comic zu zeichnen. Damit er vor allem die Beleuchtung da sich genau angucken konnte und studieren konnte. Und das merkt man auch extrem, wenn man sich diesen Comic anguckt. Weil die Schatten und sowas, die sind alle sehr authentisch gesetzt. Allein schon, wenn ich mir das erste Panel angucke, diese zwei Gesichter, wie akkurat die Schatten sind. Finde ich sehr beeindruckend. Und von der Geschichte her, das ist hier so eine Sci-Fi-Fantasy-Geschichte, würde ich sagen. Da ist irgendwie so von allem ein bisschen was drin. Und es geht um ein kleines Königreich. Und in diesem kleinen Königreich ist diese Dame die Prinzessin, wenn ich mich recht erinnere. Und es kommen ganz viele Freier zu ihr. Und die wollen sie heiraten, um dann halt zukünftig König zu werden. Und sie hat einen treuen Hund. Das ist Ralph. Und dieser Hund liebt sie über alles und ist super treu und folgt ihr überall hin. Hasst aber die ganzen Freier, die da regelmäßig vorbeikommen, um ihre Hand zu werben. Und der aktuelle Freier ist dieser hier. Wie hieß der noch gleich? Raymond. Und natürlich kann Ralph Raymond überhaupt nicht leiden. Und Raymond und sie, die machen sich dann auf den Weg, weil er versucht, um ihre Hand anzuhalten. Und hat dann ein Date für sie. Hat ein Date klar gemacht. Und sein Date, was er geplant hat, ist, dass sie einen Zauberer besuchen, der eine ganz tolle Show anscheinend hat. Und da gehen sie dann hin. Und ja, da im nächsten Panel sind sie schon angekommen. Der Zauberer wohnt hier in diesem hohlen Baum. Und da ist der Diener des Zauberers. Der öffnet ihm die Tür. Und dann gehen sie da die Treppe runter in das Heim des Zauberers. Ich finde da schon einige Sachen beeindruckend auf der ersten Seite. Erstmal finde ich hier, wie diese Vorgeschichte in dieser Schriftrolle gezeichnet ist. Mit diesen ausgefransten Kanten. Das erinnert sehr an so Edgings aus dem Mittelalter. Dann, wie Ralph dem ganzen Comic über gezeichnet ist. Also auf jeder Seite super akkurat. Sehr schwierig, Tiere zu zeichnen. Der sieht immer super aus, der Hund. Und ja, die ganzen Orte immer. Also auch, wie diese Burg hier dargestellt ist. Komplett im Schatten. Und die steht so einzeln auf einer Klippe. Und auch das Heim dieses Zauberers, der in so einem hohlen Baum wohnt. Sehr kreativ. Also es könnte auch alles sehr 0815 aussehen. Du kannst auch so eine 0815 Lego-artige Burg bauen. Das könnte auch eine ganz normale Hütte sein. Und Korben lässt sich immer irgendwas einfallen. Und auch hier auf dem letzten Pern die Perspektive finde ich spektakulär. Also aus Sicht eines Zeichners, der regelmäßig irgendwie Sachen von innen, also Gebäude von innen zeichnet. Sehr spektakuläre Perspektive. Dass man so von oben da die Treppe hinunterschaut und alles sieht akkurat und perfekt aus. Richtig gut. Ja, Ralf darf nicht reinkommen und beobachtet dann das Ganze von draußen durchs Fenster. Und dieser Zauberer zeigt dann hier seinen Trick. Ich finde es sehr cool, dass seine Augen verschiedenfarbig koloriert sind. Das lässt ihn richtig wahnsinnig aussehen. Und ja, er zaubert dann hier diese Katze und verwandelt diese Katze dann halt in eine Fledermaus. Dann fliegt er diese Fledermaus rum und attackiert die Dame, die Prinzessin. Und es gefällt Ralf gar nicht und er springt dann durchs Fenster hinein und attackiert dann diese Fledermaus. Stößt dabei das Aquarium hier oben und der Zauberer fängt es gerade noch so auf. Und Ralf verfolgt die Fledermaus, die fliegt unter dem Zauberer, unter seinen Beinen hindurch. Und Ralf hinterher und lässt dann den Zauberer umfallen. Und er ist natürlich dann extrem aggressiv und hasst diesen Hund. Was sagt er? Bringt diesen verdammten Hund weg. Und der Freier, der Rayman, der sagt, Ralf ist der blödeste Hund der Welt. Du solltest ihn zum Teufel jagen. Aber sie mag Ralf natürlich sehr und Ralf ist kurz davor, hier die Hand von diesem Rayman zu beißen. Und die zwei mögen sich nicht so besonders. Aber Yara, die Prinzessin und Ralf verbindet eine enge Freundschaft. Ich meine, der Hund, der beste Freund des Menschen. Und sie beschließt dann hier, ein Bart zu nehmen in diesem kleinen Teich hier. zieht sich nackt aus und schwimmt da ein bisschen. In einem Corbin-Comic dürfen natürlich die Nacktzehen mit riesigen Brüsten nicht fehlen. Immer sehr üppige Damen, die er da zeichnet. Und sie sagt auch zu Ralf, während sie sich auszieht, Haha, hör auf mich so anzugucken, du schlimmer Hund. Der kleine, menschennotgeile Hund. Aber wie gesagt, die ganzen Schatten, sieht super cool aus. Auch hier dieser ganze Ort, dieser ganze Bach und alles, wie auch hier dieser kleine Wasserfall da fließt. Und auch die typischen Farben, immer diese lila Verläufe, sieht man sehr oft in Corbins Comics. Es sind jetzt hier keine, ich glaube, kein Credit, was die Koloration angeht. Also hier steht nur Richard Corbin. Also gehe ich davon aus, dass Corbin das selbst koloriert hat, weil es ja auch so seine typische Farbpalette ist. Ja, dann fällt Ralf hier etwas auf. Irgendwas ist da in den Büschen. Er fängt an zu knurren. Und sie kommen dann aus dem Wasser raus. Und wir sehen hier, in den Büschen im Schatten, ist irgendeine Kreatur, die sie beobachtet. Und ja, Ralf knurrt weiter und sie zieht zu schnell an. Und dann flüchten sie. Aber es ist zu spät. Da ist schon eine andere Kreatur, die auf sie wartet. Und ja, das sind so Soldaten-Orks, sage ich mal. Und die schnappen sie und wollen sie auch vergewaltigen. Und die sprechen eine merkwürdige Sprache. Ich habe versucht, das irgendwie zu übersetzen und habe dann herausgefunden, die Sprache, die sie sprechen, ich dachte, es wäre Spanisch oder so. Aber es ist Esperanto. Und Esperanto ist eine Plansprache. Die wurde erfunden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, um die verschiedensprachigen Menschen in jüdischen Ghettos zusammenzubringen. Habe ich so online gelesen. Ich bin da jetzt kein Experte. Ich war nur interessiert, was das ist, was die da sprechen. Ich finde es interessant. Ich würde gerne wissen, was der Hintergrund ist. Warum Korben das gewählt hat, diese Sprache. Weil es gibt hier im Comic auch keine Übersetzung. Also die sprechen ja dieses Esperanto und wir verstehen das eigentlich nicht. Ich habe es halt mit Google Translate übersetzt. Es ist nie irgendwas besonders Spannendes. Meistens ist es so, es kommt mal hierher, geht mal dahin, schießt. Visuell ist alles auch so verständlich. Genau, es wird visuell alles kommuniziert. Man muss es gar nicht verstehen, was die sagen. Ja, auch diese Kreaturen, diese Soldaten wieder hier. Sie wehrt sich und verletzt ihn dabei und er leckt dann ganz lüstern hier seine Wunde. Es kommuniziert wunderbar, was das für ein Typ ist. Richard Korben ist immer so ein Meister mit Gesichtsausdrücken. Es sind Nuancen der Emotionen zu vermitteln. Definitiv. Und wie ich auch gesagt habe, der Schäferhund hier, auf jedem Panel sieht der perfekt aus. Sehr, sehr schwierig. Gerade auch so Pelz zu zeichnen, zu inken, ist auch sehr schwierig. Der macht das hier alles meisterhaft, wie man es gewohnt ist von ihm. Ja, und die sind hier in so Panzern angekommen. Panzer sind natürlich auch großartig gezeichnet. Und entführen dann halt hier diese Prinzessin. Und Ralph ist geflohen, um Hilfe zu holen. Diese Panzerkolonne fährt dann zurück zu ihrer Basis. Und Ralph ist dann wieder bei dem Zauberer angekommen und versucht, den zu erklären, dass die Prinzessin entführt worden ist und dass sie mitkommen sollen. Aber die zwei halten halt den Hund für dumm. Dabei sind sie die Dummen, die nicht in der Lage sind, ihn zu verstehen. Ja, und die Gesichter hier, dieser Magier. Unglaublich, die ganzen Falten im Gesicht. Und es sieht so, so gut aus. Ich war früher, als ich das erste Mal in Kontakt kam mit Richard Corbin, als ich noch, was weiß ich, so 14, 15, 16 war, war ich nicht so ein Fan von ihm. Weil seine Charaktere, gerade seine menschlichen Charaktere, die sehen alle so ein bisschen zusammengequetscht aus. Die haben meistens so einen größeren Kopf und so einen kleineren Körper und haben so einen gewissen Wiedererkennungswert, so einen gewissen Stil, der mir am Anfang nicht so gefallen hat. Aber mittlerweile zählt für mich Richard Corbin zu den ganz, ganz großen Zeichnern, so auf einer Ebene mit Möbius, der wirklich, ja, einer der großen Comic-Meister. Und jedes Mal, wenn ich einen Comic von ihm lese, bin ich immer wieder schwer begeistert, was er da aufs Papier bringt. Nicht nur zeichnerisch, sondern auch alle Elemente, die er zusammenbringt. Auch Storytelling, sowas wie, dass er hier so diese zwei Panels untereinander hat, wie so eine Animation, der Hund springt und dann vor ihm fällt das Gitter runter und er wird dann aufgehalten in seiner Bewegung. Finde ich sehr cool, so spart er sich den Platz von einem großen Panel und hat dann, weil der Hund ja im horizontalen Format ist und hatte noch ein horizontales Panel. Das sind so clevere, kleine Kniffs, wie man irgendwie viel auf einer Seite erzählen kann. Ich lerne dabei immer, wenn ich sowas sehe. Ja, diese Panzerkolonne fährt dann hier weiter und attackiert dann die Burg, in der der Rayman und der Zauberer sind. Obwohl, ne, Katsch, die sind ja gar nicht in der Burg, die sind beim Zauberer. Die Burg, aus der die Prinzessin kommt, die wird dann hier angegriffen und hier sind auch wieder so zwei horizontale Panels. Erstmal sind die alle hintereinander aneinander gereiht, die Panzer und dann fahren die halt in so eine Angriffsformation. Sehr cool. Und der Zauberer hat dann beschlossen, er hat ja vorher die Katze zu einer Fledermaus verwandelt und er hat dann beschlossen, er kann den Hund in einen Menschen verwandeln und dann, wenn er ein Mensch ist, dann kann er ja sprechen und dann kann er ihm einfach sagen, was er sagen will und dann können sie ihn verstehen. Allerdings bringt ihn der Rayman so durcheinander, dass er die Zauberformel falsch aufsagt. Und das finde ich auch ziemlich cool, hier dieses zusammenhängende Panel im Hintergrund. Das ist ein Hintergrund und wir sehen, wie Rayman hier die Treppe hochläuft und dann hier aus dem Fenster guckt. Und währenddessen sehen wir halt vorne den Zauberer, wie er mit den Armen wedelt, während er die Zauberformel sagt. Sehr, sehr coole Storytelling. Ja, und da die Formel falsch aufgesagt worden ist, ist aus Ralph kein Mensch geworden, sondern so eine Mischung aus Mensch und Hund. Er hat so einen humaniden Körper, aber er kann weiterhin nur bellen und nicht sprechen. Ja, sie schauen dann hier aus dem Fenster und sehen, dass dann die Burg angegriffen wird von den Panzern und einer, der in der Burg lebt, grüßt dann hier die Panzer und sagt, wer seid ihr, was wollt ihr? Aber diese Orks antworten einfach direkt, indem sie diesen Turm zerschießen mit ihrem Panzer und die zwei sind geschockt. Oh mein Gott! Und Ralph befreit sich dann und flüchtet, merkt dann aber sehr schnell, dass sein Körper sich verändert hat. Er ist viel schwerer geworden. Er hat jetzt einen großen, muskulösen Menschenkörper und kann nicht mehr so viel rennen wie als kleiner, agiler Hund. Und fällt dann, stolpert und muss dann erstmal eine Weile ruhen. Und dann beginnt das zweite Kapitel hier von dem Comic mit einer Traumsequenz. Finde ich auch interessant, weil hier die Traumsequenz ist stilistisch und in einem anderen Zeichenstil. Das ist so ein bisschen cartooniger. Da zeigt Corbin nochmal seine, wie facettenreich er sein kann, dass er nicht nur einen Stil beherrscht. Ja, und diese Traumsequenz fasst nochmal alles zusammen, was passiert ist in dem vorherigen Kapitel. Und Ralph vergießt eine Träne und ja, beschließt, er muss seine Freundin, die Prinzessin retten. Das Storytelling ist aber unglaublich, wie hier aus der Silhouette von dem Berg die Scheinwerferlichter erscheinen und da kommt dann diese Panzerkolonne angefahren und Ralph versteckt sich hinter einem Hügel, hinter so einem Felsen und springt dann auf, hinten auf so ein Jeep und attackiert die, den Fahrer dann. Ja, die Kolonne bleibt stehen, weil der eine den anderen gerammt hat und zur Strafe wird dann direkt erschossen. Und die sehen alle so gruselig aus, weil die dann auch so rote Augen haben und auch ihre Gesichter sind total creepy. Sehr, sehr cool. Also, sehr coole Designs. Und auch die ganzen Schattierungen von hier, von dieser Panzer, von den Rädern, von dieser Radkette, es sieht so, es sieht schon fast aus wie ein Foto. Es sieht in der Größe, sieht es so realistisch aus. Wahnsinn. Und dass er sich auch die Gedanken macht, dass die so Spuren im Sand hinterlassen, es ist wirklich atemberaubend. Ja, und wir müssen natürlich auch nochmal zeigen, dass das richtig fiese Monster sind. Deswegen sehen wir, der eine, der macht sich einen kleinen Snack und er holt aus seiner Tasche einen abgetrennten Kinderarm. Und damit wir erkennen, dass es ein Kinderarm ist, sieht man, dass in der Hand eine Puppe noch steckt. Und, ja, Ralf schnappt sich dann hier so ein Maschinengewehr und zielt dann hier auf die einzelnen, auf die Charaktere und wütet dann, zerstört die, fährt dann auch mit dem Panzer da los. Dieser Panzer erinnert mich so ein bisschen an Metal Slug, weil er so einen kurzen, so einen kurzen Lauf hat vorne, so ein bisschen süß wirkender, süß anmutender Panzer oder auch Dominion von Masamu Nishiro. Ja, und dann fährt er hier rückwärts und schießt dann hier mit dem Panzer auf die anderen Panzer. Richtig actionreiche Szene hier. Sie schießen dann auf ihn. Das ist auch ziemlich crazy hier. Sehen wir dann aus der Ego-Perspektive. Ich meine, der Comic ist von 1970, 71 ursprünglich. Also lange, lange, bevor der erste Ego-Shooter rauskam. Heutzutage ist es ja so gang und gäbe, jeder kennt Ego-Shooter. Aber damals gab es sowas absolut nicht. Und wir sehen hier aus der Ego-Shooter-Perspektive, wie Ralf hier die anderen alle abballert. Ja, das ist total krass. Und ich finde auch, die Waffe selbst sieht total futuristisch aus. Und ich frage mich, gab es dann in den 70ern schon so eine Waffe, die so aussah? Garantiert nicht. Es hat ja auch so einen kleinen Monitor sogar. Ja, crazy. Sieht schon aus wie eine Waffe aus Halo oder so. Ja, definitiv. Ja, und er beendet dann diesen ganzen Kampf, indem er dann eine Tasche mit explosiven Material dahin wirft zu diesen Ork-Soldaten, die explodierten. Und er fährt dann davon. Und dann hier am nächsten Morgen, finde ich auch sehr schön, also sehr cool, wie der Sonnenaufgang dargestellt wird. Es ist nicht einfach nur ein runder Kreis, einfach nur eine Sonne, sondern es hat er so super stilisiert. Und auch ja, man sieht auch hier zum Beispiel, dass das, es könnte wirklich ein Storyboard für einen Film sein. Es war ja geplant als Film, weil das sieht so filmisch aus, wie hier der Panzer auf uns zugefahren kommt. Und die Kamera liegt auf der Straße und der Panzer fährt über uns hinweg. Und dann sehen wir wieder auf der anderen Seite, wie er dann davon fährt, als ob die Kamera sich gedreht hätte um 180 Grad. Und er hat die toten Soldaten so aufgebaut auf diesem Fahrzeug, als ob die noch leben würden. So, dass wenn er dann zur Station dieser Orks fährt, die übrigens auch extrem gut aussieht, werden die erstmal getäuscht, weil die sehen dann hier die Orks, die da sitzen und der in der Station grüßt die dann. Aber die sind natürlich total durchlöchert, was der Wachposten nicht sieht aus der Distanz. Und er fährt dann an ihnen vorbei und wirft wieder so eine Ladung, explosives Zeug und sprengt dann den Wachposten hier in die Luft. Mittlerweile hat er sich auch angezogen, hat auch so eine Militäruniform an, um die Wachen zu täuschen. Und ja, er schwimmt dann halt hier in die Hauptstation und da geht halt voll die fette Party ab. Die ganzen Orks sind am Feiern und der Anführer hat die Prinzessin hier als seine Sexsklavin genommen und er schaut dann hier dieser Ork-Strip-Tänzerin zu, wie sie hier tanzt vor ihm und das geilt ihn offensichtlich auf und er beschließt dann, die Prinzessin mit in sein Gemach zu nehmen, um sich mit ihr zu vergnügen. Sein Zimmer sieht auch super kreativ aus. Er hat schon diesen 70er-Jahre-Vibe hier, auch dieses runde Disco-Bett hier. Ja, und er zieht sie aus, schmeißt sie aufs Bett und will sie dann vergewaltigen. Er ist auch ein extrem durchtrainierter Typ. Also sie ist auf jeden Fall körperlich unterlegen. Aber sie wehrt sich dennoch, tritt ihn hier in die Weichteile und schnappt sich so irgendein Element aus dieser Wohnung und haut es ihm über den Schädel. Und dann kommt Ralf hier durchs Fenster. Und das ist auch eine sehr animierte Sequenz. Vor allem, ich habe gelesen, Richard Corbin hat auch so ein bisschen Hobby-mäßig Bodybuilding und Martial Arts gemacht. Und das sieht man oft in seinen Comics. Auch in Den gibt es so Karate-Posen und hier auch. Der macht hier auch so eine Shotokan-Karate-Pose. Und die Kampf-Koreografie ist auch richtig, richtig gut. Also sowas sehe ich sehr, sehr selten, außer Jeff Darrow. Fällt mir kaum ein amerikanischer Zeichner ein, der so gute Kampf-Koreografien macht. Weil man immer sieht, er schlägt, holt mit der rechten Hand aus, schlägt mit der rechten Hand, dann holt er hier mit dem rechten Bein aus, schlägt zu, Ralf beißt ihn da rein und hebt es an, sodass er umfällt. Das ist alles sehr flüssig von der Choreografie. Ja, und dann geht es so hin und her, Schlagabtausch und er kickt Ralf dann gegen das Fenster. Ralf klettert aus dem Fenster heraus. Der Gegner springt auf ihn zu mit einem Sprungkick, sodass sein Bein aus dem Fenster herausragt. Ralf springt durch das nebenliegende Fenster wieder herein und wirft ihn aus dem Fenster heraus. Er hält sich aber gerade noch so fest und Ralf schnappt sich seine Pistole und schießt ihn dann in den Kopf. Der Kopf explodiert, sein Körper fällt hinunter und kommt hier noch auf so einem Dach auf und fällt dann ganz hinunter. Hier fehlt irgendwie ein Wort in der Sprechblase. Es ist nicht notwendig, was wir da wohl sagen, Scheiße oder so, aber es ist mir aufgefallen, merkwürdig, dass da einfach eine leere Sprechblase ist. Und Ralf schießt weiter mit dem Gewehr auf die explosiven Fässer da hinten und dann kommen Leute durch die Tür, klopfen an der Tür und kommen rein und Ralf schießt durch die Tür, er schießt da ein und da hinten kommt noch einer, den er schießt da auch. Und es ist super, also ich finde die ganze Action, hier so spektakulär. Selten sieht man in einem Comics so gute Action. Wenn ich mir so Marvel und DC Comics angucke, ist die Action immer sehr knapp. Meistens sind es nur so drei Panels und meistens ist es Punch Kick, Punch Kick, Punch Kick. Nie so eine richtige Abfolge von Schlag, nachvollziehbaren Schlagkombinationen, nie eine richtige Choreografie. Und hier 1970 extrem gelungen. Und auch die ganzen Schießereien finde ich auch super. Es hat schon fast so eine John-Woo-Ästhetik. Man sieht genau, wie er sich umdreht und da schießt er dahin, da schießt er den ab. Wirklich extrem gelungen. Ja, und im Endeffekt lässt er dann die ganze, diese ganze Basis explodieren und flüchtet mit der Prinzessin. Dann kommen sie wieder an, hier bei dem Zauberer und bei diesem Raymond und Ralph überlegt dann, was könnte jetzt als nächstes passieren. Entweder der Zauberer korrigiert den Zauber und er wird zu einem echten Menschen und kann glücklich mit seiner geliebten Prinzessin zusammen sein, aber das ist eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass sie ihn zurückverwandeln in einen Hund und dann wahrscheinlich umbringen werden. Und, ja, die Prinzessin sagt dann dem Raymond, ha, ich bin zurück, Ralph hat mich gerettet. Und Ralph packt sie dann an der Schulter. Und das Resultat ist dann, das Resultat ist, dass Ralph sein, sein Hundehalsband abreißt und wegwirft und so demonstriert, dass er nicht mehr ein Hund ist. Er ist nicht mehr der Besitz von jemandem, sondern er ist jetzt sein eigenes Ding. Und es ist ihm egal, was der Zauberer jetzt aus ihm machen würde, wahrscheinlich würden sie ihn ja wieder in den Hund verwandeln umbringen. Er beschließt jetzt, sein eigenes Leben zu führen und haut den Raymond um und fährt dann mit der Prinzessin davon. Und der Zauberer versucht nochmal, versucht seine Zauberformel auszusprechen, aber er ist einfach viel zu langsam. Und das wird hier sehr, sehr cool kommuniziert, indem er halt diese Zauberformel aufsagt und ein bisschen stottert und auch die Schriftart, das Lettering suggeriert so ein bisschen, dass er sich nicht ganz sicher ist, was er da sagt. Der niedergeschlagene Raymond hockt sich dann irgendwann hin, ganz verzweifelt und dann die Farbe suggeriert auch noch, dass es dann, hier oben steht zwar auch viel später, aber das ist gar nicht notwendig, weil die Koloration suggeriert schon, dass es jetzt Abend geworden ist und er hat ewig gebraucht, um diesen Zauberspruch aufzusagen und der Jeep oder der Panzer, die sind schon längst davon gefahren. und er sagt diesen Zauberspruch so auf und am Ende sagt er, Crap! Ja, sehr, sehr cool. Also eine coole Geschichte, abgeschlossen in ein paar wenigen Seiten, knapp 30 Seiten ungefähr. Wahnsinn, was in den 30 Seiten alles erzählt wird. Das ist ja eigentlich eine Blockbuster-Story, die von Anfang bis Ende erzählt wird und die Action-Sequenzen sind ziemlich spektakulär und was mich auch immer beeindruckt, ist so die Lichtsetzung bei Richard Corbin. So unglaublich stilisiert und nicht stilisiert, eher realistisch, aber so realistisch gesetzt, dass es trotzdem das unterstreicht, was gerade in der Handlung passiert. Ich denke, Stilisierte sind seine Charaktere, aber die Beleuchtung ist wiederum so realistisch, dass das Ganze wieder realistisch wirkt. Ja. Ja, schon spektakulär, wie du gesagt hast. Auf so wenigen Seiten. Mich würde ja mal die Story interessieren, weil ich weiß, wenn ich sie finde, online gibt es Zeichnungen von Miyazaki, wie er Ralf gezeichnet hat und er hatte auch mal in Planung, einen Ralf-Film zu machen, einen Animationsfilm, aber kamen die dazu und ich finde das halt so unglaublich, dass Miyazaki, man wird denken, dass Miyazaki, klar, man weiß, dass er gut befreundet mit Möbius war und daher wahrscheinlich die Verbindung mit Richard Corbin oder ob er davor auch schon Richard Corbin kannte von irgendwo her. Aber ich finde das so krass, dass ein Japaner dann so Underground-Comics aus den 70ern sieht und sich denkt, oh, das ist ziemlich cool. Ja, ich finde es auch interessant. Also vor allem, wie kam er da ran? Also wie hat er in Japan in den 70ern diese Comics gefunden? Aber vielleicht war das halt so eine Kultursache. Das war so 68er, kulturelle Revolution und vielleicht waren in gewissen Shops, wo die coolen Leute rumhingen, die coolen jungen Leute, weißt du, die Hippies und Kiffer und da gab es dann vielleicht diese Comics oder vielleicht gab es sogar japanische Übersetzungen. Keine Ahnung, schwer zu sagen. Ich glaube, wir haben das in dem einen Video, das wir gemacht haben, über Miyazakis, wie heißt das, Shunas Reise, haben wir das, glaube ich, schon mal erwähnt mit Richard Corbin. Auf jeden Fall, ja, sehr, sehr interessant, diese Verbindung. Und ja, super, super cooler Comics. Ich finde es auch super, dass jetzt nach und nach die ganzen Richard Corbin-Sachen von Dark Horse Comics und jetzt auch dann von Splitter nachgedruckt werden. Ja, genau. Weil das ja, wie gesagt, von 81 kam das hier raus, längst vergriffen, aber man kriegt es online, habe ich gesehen, kriegt man das noch relativ billig. Also, es ist jetzt kein teurer Comic. Es kommt einem schicken Hardcover. Wer nur diese Story haben will, kann die für plus minus 10 Euro, glaube ich, noch online finden. Aber ja, wahrscheinlich wird Dark Horse demnächst auch so eine, also diese Story auch in der neuen Hardcover-Version rausbringen und Splitter bringt ja dann die gleiche Edition auf Deutsch raus praktisch. Also, es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Sachen auch nochmal neu rauskommen. Wobei der Unterschied sein wird, dass das hier die Original-Koloration ist und die neuen Sachen sind ja neu koloriert. Heißt nicht unbedingt, dass es schlechter sein muss, aber es ist halt eine Veränderung. Na, cool. Und immer, wenn ich mir so Großmeister angucke, habe ich auch direkt selber Lust, direkt sowas zu zeichnen. Und ich glaube, das ist so, daran merkt man das, wenn man ein großartiger Comic-Zeichner ist, wenn man andere dazu bewegen kann, auch was zu machen. Auf jeden Fall. Immer die inspirierenden Sachen sind immer die Sachen, die am besten sind. Ja. Und ja, wir sind ja beide auch Comic-Zeichner, Thomas. Was hast du zurzeit so am Start? Mein Hauptwerk ist Shaolin Grandmaster Killer. Gibt es auch einige Kampfszenen, aber wenn ich mir so einen Korben angucke, habe ich noch viel zu lernen. Und mein aktuelles Werk, an dem ich gerade noch arbeite, ist Gorehouse Nummer 1. Das kommt in US-Heftformat raus und wird hoffentlich zeitig fertig sein, damit ich es auf dem Comics-Salon in Erlangen dieses Jahr parat habe. Aber ihr könnt unsere Comics natürlich auch online erwerben, im Comic-Dojo-Shop. Der Link dazu ist unter dem Video. Und Infos zu meinen Projekten und Comics findet ihr auf meinem Instagram thomas-sozialik oder auf meiner Homepage thomas-sozialik.com Und Steve, wie sieht es bei dir aus? Gasha Power Band 1 und 2. Mein Action-Comedy-Comic gibt es immer noch in unserem Shop. Und aktuell arbeite ich an einem Fantasy-Comic. Dazu bald mehr. Und ja, meine Sachen findet ihr unter steve-sozialik auf Instagram oder meiner Webseite steve-sozialik.com Aktuell haben wir etwas über 400 Abonnenten. Bitte abonniert unseren Kanal, teilt unsere Videos, damit wir dieses Jahr noch auf die 1000 kommen. Würde uns sehr freuen. Und folgt auch dem Comic-Dojo-Instagram-Kanal. Genau. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.